Herzlich willkommen zu einem neuen Server-Spiel, ich spiele heute Bosh, nein, One in the Chamber, das ist so eine Art Call of Duty, nur in Minecraft-Farm, und ich sag mal, ich gehe in diese Welt rein, und da ist gleich mein erster Schwasti, der sich verpisselt. Tschüss. Achso, ich habe ihn gekillt. So, okay. Also, das Prinzip ist ganz leicht, wie ich sehen, auf meiner Map, wie bei Call of Duty, und der Bogen macht einfach einen One-Shot. Du hast nur einen Pfeil, stirbt, ja, okay, ich bin doch nicht gut. Habt euch alle angeschissen. Dann ja, der macht halt One-Shot, und wenn dir der Pfeil ausgeht, hast du natürlich das Schwert. Und wenn du dann einen siehst, und du triffst nicht, dann tue einfach so mit dem Maus-Rattern, dann geht's schon. Dann ist schon alles fresh. So, jetzt haben wir die Situation. Ich bin schluss in den Schwertkampf. Hä? Der hat den... Jetzt schlage ich mit dem Schwert drauf. Jetzt hab ich ihn getötet, den hab ich auch getötet. Und wenn man einen killt, Alter, verpiss dich. Wenn man einen killt, bekommt man natürlich den Fall wieder. Und wenn man respawnt, bekommt man natürlich den Fall wieder. Ist logisch. Als ob der Pfeil... So, Situation gefunden, man muss das Maus-Rattern jetzt. Ich bin von hinten gekillt, hab ich das Leben, das ist ein Motherfuckers. Ich meine, das ist ein Spaß. Ja, gut. Ich hab gesagt, kleine Lags, das ist doch normal. Internet-Probleme forever, Alter. Hä? Was ist los? Das war jetzt kein normaler Lags, das war wahrscheinlich so Internet-Problem. So, man. Wacke. Man muss nämlich richtig aufpassen, weil da können sie von jeder Seite... Siehst du von jeder Seite, auch von vorne, wenn du sie siehst. Du stirbst so schnell. Und von da ist einfach nur... Alter, da treffen sich viele Spieler, aber die denken irgendwie komisch oder... Oh. Ich hab nicht getraut, okay, geht wieder. Hä? Hä? Ich schlage... Ist... Alles... Ab... Hä? 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 Schon komisch. Hä? Hä? Bei mir geht's schlusslich eigentlich. Aber den geht, den ihr nicht geht. Ich hab ihn geht. Ist es dein Ernst? So, runter vorbei. Oh. Aber wie viele Spieler das einfach spielen ist einfach... Ähm... Gehen wir mal auf da. Platz. Okay. Als ob ich so ein massives Internet-Problem hab. Das gibt's nicht. Das ist wirklich eklig. Ich schlusslich so. Schau. Was soll das denn? Nein! Das ist... Äpp. Hab ich nicht getötet? Die sind... Doch, ich hab getötet. Ich hab so gezwert. Ist das nicht krass? Das ist immer so cool, wie du sagst. Oh. 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 Hä? Hä? Schst. Schst. Die haben richtig... Motherfuck. Hörs. Oh. Motherfuck. Ich hab' einfach... Hörgepickt. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Da, 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 da. Wir haben hier weggepämt. Einfach so, man. Es kann's doch nicht sein. He-he, he-he. He-he. Bösch. Was ist jetzt los? Ich nehm die Karton richtig gut an. Da ist kaputt. Das kannst du können rausgehen. Das sind Opfer. Das auch farblich. Mann ist einfach. Sie. Das ist auch farblich getötet. Komm schon. Komm schon. Komm schon. ich will doch nur ich töten tot aber ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen ins Arsch als ob von der das ist crazy das ist schon crazy man da ist ein Typ der war als ob zum scheiß das war als ob der mich nicht getötet so dass der der hat mich gemobbt da verstehe ich das nicht mehr okay letzte Runde jetzt weil es ist schon heftig was sie da machen herz ob die da oben einfach nur wie spas denn das wir könnten das 2 spielen wir spielen das 2 auch wenn da auch gleich die Runde aus ist aber wie wir alle wissen nehmt fraps einfach in gigabyte auf das ist nein nein du mal bocker ich bin ich habe den getötet aber mit den fingern der kriegste von mir nehmt das oder dieser das war mein schoss in zu tun ich habe die chance natürlich genutzt ich bin kein weicher das das wird abgebrannt ich habe schon gedacht ich bin da Typ ich habe den getötet warte jetzt hab ich lauf man ich bin grad kann ich schon abschätzen nein Runde vorbei oder was man alles dann schluss ja ich hoffe es hat euch irgendwie gefallen mit wem rede ich jetzt über Rap na fick dich ähm ich hoffe es hat euch gefallen mir hat es auf jeden Fall ultra gefallen ich hoffe euch auch wenn nicht dann tschüss nein ähm ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen zum zweiten mal und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten mal wieder bei einem neuen Video von mir Bonafix auch wenn ich mich umändern will in No Bonafix weil der Werte Creep 16 Grad nichts macht mit mir dieser Spust ähm ich sag jetzt einfach tschüss tschau Leute habt einen schönen Tag Nachmittag Abend was auch immer tschüss